Was? Minecraft? Ja, was? Such den hier. Ich will nicht! Ich will weg! Ich will nicht! Hilfe! Minecraft, es hat mich wieder! Ne, ok, lassen wir den Spülkes. Ich sag mal wieder das ultimative Willkommen zurück bei Minecraft. Wir flasterten in der letzten Folge einiges hier zusammen. Und gucken mal was wir in diese Folge anstellen können. Also was ich auf jeden Fall vorhabe, oder vorhätte, ist diese komische Treppe hier fertig zu bauen. Dazu brauche ich eine gewisse Menge an Dirt. Einfach nur Dirt. Ja, und den Zaun könnte ich bei der Gelegenheit dann irgendwann auch mal hinzimmern. Aber da muss ich erstmal gucken, ob ich dazu die entsprechenden Ressourcen habe. So. Ich könnte auch mal was essen. Das wäre auch mal keine allzu schlechte Idee. So. Wieder schön am Anfang der Folge was gegessen. Macht sie immer ganz gut. Treppen dürfte ich hoffentlich genug haben. Ja, das sieht ganz genügend aus. Ich brauche aber ein bisschen Dreck. Dreck, 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 alles mein Dreck. Ja, dürfte auch reichen. Und dann basteln wir uns mal ein bisschen ein Treppchen an den Berg ran. Dann können wir schon mal nämlich runter gehen, ganz gemütlich auf die untere Ebene. Diese Bergdäne finde ich so witzig. Naja, kommt alles noch. Okay, hier steht ein Bettchen im Freien rum, das ist sehr gesund. Eventuell. Und jetzt gucken wir mal. Äh, ich schnappe mir mal ein bisschen Dirt. Und gehe mal hier ein bisschen bauen. Also da muss Dirt ran. Da muss, ähm, da Dirt und hier Dirt und so Dirt. Dann schmiere ich mal ab. Oha. Eh, meine Arme sind so kurz. Verdammt. Und ich sehe gerade wenig, weil es draußen relativ hell ist. Äh, aber ich baue hier einfach mal irgendwas zurecht. Das wird schon genauso gut aussehen wie das andere. Da habe ich erstmal keine Bedenken. Na komm. Na komm. Tja, das funktioniert so nicht. Es ist ja wirklich dunkel hier. Wird es schon wieder Nacht oder so? Ja. Gut, das könnte natürlich einiges erklären. Es wird schon wieder Nacht. Und ich baue hier nur Spülkes zurecht, deswegen lasse ich das mal lieber. Und gehe mal ins Bettchen. Ja, es ist gerade aber so dunkel, dass ich den Berg gerade mal nicht vor mir sehe. Das ist ein bisschen ungünstig, um da hoch zu kommen. Ich brauche einfach mal ein bisschen gutes Glück. Und dann wird mir das schon weiterhelfen. So. So. Na bitte. Die Sonne geht schön unter. Also hier oben hat man eigentlich einen tollen Ausblick. Fällt mir gerade mal auf. Ah, naja. Ins Bettchen. Da steht nicht mehr in Mondrichtung. Hm. Da müsste ich mal was dagegen machen. So. Das ist zwar jetzt ein bisschen sinnlos. Aber immerhin. Da geht die Sonne auf. Da geht der Mond unter. Also mache ich das mal so hin. Genau. Jetzt können wir am Pfingsten während des Schlafensgehens immer den Mondaufgang angucken. Und haben noch ein kleines Bettlicht. So. Wo war ich denn hier stehen geblieben? Achso, ich wollte Scheiße fabrizieren. Ah ja. Ich komme schon wieder nicht ran. Mann. So. 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 Ja. Also die Treppe führt hier runter dann quasi zum Marktviertel. So wie ich es gerne nennen möchte. Ich könnte es auch normalo Viertel sagen. Wo einfach die Leute wohnen, die ja quasi dem Mittelstand angehören. Aber das wollen wir nicht so formulieren. Deswegen sage ich einfach mal Marktviertel. Das Viertel der Händler und Handwerker derer, die ihr Geld noch mit, äh, ja. Kraft ihres eigenen Körpers verdienen. Oder so. Naja. Irgend so eine tolle Formulierung muss man sich halt ausdenken. Damit das nicht allzu, äh, abwertend klingt. Ha. Ich meine, im Minecraft ist doch jeder ein Gewinner. Da gibt es doch gar keine Verlierer. Aber. Außer vielleicht meine Knöchel. So. Mach ich das ja auch schön zu. Ich baue mich einfach unten rauf. Das ist vielleicht die sinnvollste Variante. Wenn ich es mir gerade mal so recht überlege. Und dann gucke ich mal, wo wir da oben ankommen werden. So. Das finde ich auch so toll, dass er einfach einen Kubikmeter Erde im Sprung unter sich setzen kann. Also, der hat schon echt drauf, der Typ hier. Muss man mal zugeben. Was mir gerade einfällt. Mangelt es eigentlich an Gleichberechtigung, dass der Default-Charakter hier ein Mann ist? Ich meine, er könnte doch genauso gut eine Frau sein. Tja. Und warum kann ich da keinen verdammten Block setzen? Oh Mann. Ich will da einen Block setzen. Na. Halt nicht. Da kann ich auch wieder keinen Block setzen. Manchmal hat man es hier nicht leicht. So. So. Bisschen Erde hingepackt. Und dann geht das schon. Also, falls das hier so aussieht, als hätte ich keinen Plan. Äh. Ich habe einen Plan. Irgendwo hatte ich mal einen Plan. Ist zwar schon eine Weile her, aber ich hatte mal einen. Deswegen muss man sich hier keine Sorgen machen, dass ich hier eventuell verplant wäre. So. Ich hoffe, die Treppe geht nicht noch weiter, weil dann nimmt die einiges von dem Platz hier weg. Das wäre nicht so toll. So. Endlich kann ich da mal einen Block hinsetzen. Da auch. Und da auch. So. 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 Äh. Dahin, glaube ich. So. So. Dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Dann dahin. Dann so. Hoppala. Ich verbrauche hier was in Erde. Das ist nicht mehr lustig. Eigentlich könnte ich ja auch so ein wunderschönes Gewölbe unter die Treppe bauen. Aber ich glaube, das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen, das Ziel. Ich mache es einfach mal mit Erde. Wenn uns nachher noch irgendwas einfallen sollte, was wir hier schön unter die Treppe bauen können, dann können wir das gerne machen. Aber jetzt reicht das erstmal in der Variante. So. Ja. Das sieht vernünftig aus. Jetzt stopfe ich hier noch die Löcher. Damit da keiner reinfällt von der Seite. Zack, zack, zack. Und zack, zack. Hoppala. Na. Zack, zack, zack. So. Löcher gestopft und ich gehe mal ein paar Treppen platzieren. Ja. Ist so ein bisschen der Stayway to Heaven, aber ich glaube nicht ganz. Ja, sieht doch schon einigermaßen beeindruckend aus. Ich könnte zwar auch eine Viererbreite machen, aber eigentlich wollte ich das auf eine Dreierbreite alles belassen, weil die ist eigentlich vollkommen ausreichend. so. So. Ja. Treppen bauen ist jetzt nicht so spannend, aber muss man halt auch mal gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob die Treppen hier den allgemeinen architektonischen Ansprüchen genügen. Weil das war ja so, dass von, also sagen wir mal von, warte mal, von der Treppenkante hier bis zur nächsten Treppenstufe soll das glaube ich eine Schrittlänge sein. So als Orientierungspunkt für den realen Treppenbau. Das ist natürlich in Minecraft etwas schwer festzustellen, da die Schrittlänge doch, äh, ja, nicht so leicht zu, äh, ja, herauszufinden ist. Okay, da war jetzt ein zu, zu viel drin, aber das stört ja nicht und ich baue hier andauernd nur Mist hin. Ich sollte mich vielleicht etwas mehr konzentrieren auf die Dinge, die ich hier versuche zu bauen. So, 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 so und mehr. Ne, warum sind hier überall Löcher drinne? So. Dann kann man nämlich das hier, also das Niveau hier, als Grundniveau für das Viertel hier festlegen. Da kann ich das ja alles schön pflastern mal wieder. Ne, wollte ich ja gar nicht, wollte ich ja Erde belassen. Stimmt ja, stimmt ja, und wir müssen noch die ganze Seite hier mit Erde auffüllen an sich. Hm. Was ein bisschen witzig werden kann, weil sonst kriegt man da kein Geländer dran. Achso, oder Stein, das kann ich natürlich auch machen. Mal gucken, Shift gedrückt, S gedrückt und dann hier so Stein hingesetzt, das klappt vielleicht auch. Aua. Okay, auf der Treppe klappt Shift ja bekanntlichermaßen nicht. Das war eine kleine Fehlkalkulation meinerseits, dann mache ich das halt von unten. Da kenne ich gar nichts. Na, da solltest du jetzt gerade nicht hin. Also unter der Treppe kann man auch sowas wie einen Kellerraum dann anbringen oder irgend sowas. Oder ein kleines Geschäft, irgend sowas Nettes. Sodass die Stadt insgesamt ein bisschen verwinkelt wirkt und hier und da ihre Geheimnisse hat. Ich meine noch ist mit Geheimnissen nicht so weit hergeholt, aber vielleicht können wir das ja schon mal so ein bisschen ändern. Erstmal hier die Treppe fertig und dann gucken wir mal was wir als nächstes tun können. So, die Seite ist soweit in Ordnung. Da kommen wir auch schon ganz gut hoch und runter. Ich meine das ist ja der Hauptzweck einer Treppe hoch und runter zu kommen. Also nicht die Treppe soll hoch und runter kommen, sondern die Personen die drauf laufen, sollten das bitte tun. Da ist noch ein Loch in der Wand, das interessiert mich aber gerade mal nicht. Und wir machen weiter die Begrenzung hier hin, damit auch keiner vom Stiefchen fällt. So, das sehen wir ja bald oben. Dann mache ich hier noch die Zäune dran, die Steinzäune oder Steinmauern, wie auch immer. Und dann wäre das alles soweit in Ordnung. So, habe ich noch irgendwo welche im Inventar? Nein, habe ich nicht. Und ich habe auch glaube ich wenig Cobblestone hier, was ein bisschen schade ist. Dann müsste ich dann mal wieder zurück ins Dorf wetzen und mir einen neuen holen. Geht ja alles dank unserem neuen Portal, was wir da schön hingebastelt haben. Na gut, so neu ist es auch nicht mehr, aber wisst ihr schon. Die haben noch ein bisschen Cobblestone-Wall, dann packe ich mal den restlichen Mist, den ich gerade nicht so brauche hier rein, den kann ich mir später wiederholen. Nur damit ich hier ein bisschen in Ordnung im Inventar halte, man soll es kaum glauben. So. Der kann auch noch da rein. Ja und der Rest geht so. Also ich denke, wenn das alles so wird, wie ich es mir vorstelle, wird das schon relativ nett hier oben. Kann zwar noch wie gesagt eine Weile dauern, ehe das irgendwie Form annimmt, aber ich denke wir sind auf einem guten Weg dahin. So. So. So, so. So, so. Ja, ich weiß, die ganze Folge ist mit Treppenbau zugepflastert, aber so eine schöne Treppe dauert auch mal eine Weile. Und unschöne Treppen wie die hier brauchen auch ihre Zeit. Ich bin ja auf diesen Marmor, soll es ja auch geben dann. Schon mit der 1.5? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall Neterquartz soll es ja geben. Da bin ich auch mal gespannt, wie das aussieht. Kann bestimmt auch schöne Dinge mit basteln. Irgendwelche Statuen oder so. Na gut, im Minecraft irgendeine hübsche Statue zu bauen ist ein bisschen schwierig. Ich meine, es ist bestimmt möglich, aber so Space Invaders sind nicht immer das, was jeder in seiner Stadt sehen möchte. Und so Michelangelo kriegt man da wo schlecht hin. So. Das ist La Treppe. Das ist La Loch. Interessiert mich aber nicht. Da hängt das halt ein bisschen in der Luft, die ganze Treppengeschichte. So haben wir das Gelände auch fertig. Also bald. Jetzt gerade nicht. Aber das wird gleich dazu kommen. Und dieses schwebende Dingens da muss ich auch mal entfernen. Mal gucken, vielleicht schmeiße ich einen TNT-Block rüber. Und spreng das einfach in alle Einzelteile. Aber das wird mir so nicht gelingen. Das ist nun wieder eine Fantasie meiner selbst. Meiner selbst? Ist das eigentlich ein anerkanntes Wort? Oder habe ich mir das gerade ausgedacht? Egal. Das ist die Treppe ungefähr so. Habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe noch vier Zäune übrig. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegt man die noch irgendwann hübscher hin. Aber für den Anfang soll es erstmal genügen. So. Und da geht dann halt der Zaun weiter rum. So unten das Viertel kriegt einen Holzzaun. Ganz angemessen. Und das hier oben ist halt die Steinzaunviertel. Tralala. So. Da wir ja etwas einen Mangel an Koppelstun haben. Habe ich mir überlegt, dass ich das nochmal gleich beheben müsste. Indem ich mir am späten Nachmittag ein paar Steine hole. Und da schon mal versuche, sowas wie ein Häuschen hinzusetzen. Jetzt fragt sich der eine oder andere bestimmt, was Steine holen mit Häuschen hinsetzen zu tun hat. Aber das werden wir noch früh genug erfahren. So, das brauche ich. Die Slabs brauche ich an sich nicht. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Wenn es erstmal ein Grundriss wird, bin ich auch zufrieden. So. Wo lang muss ich? Ich muss erstmal ins Bettchen, habe ich das Gefühl. Ja, wie die Zeit vergeht. Wird auch ziemlich schnell dunkel und ich müsste auch einen ganzen Haufen Fackeln mir mal besorgen. Aber eigentlich hat das auch keinen Sinn, weil ich leuchte die Stadt sowieso anders aus. Und zwar mit Clawstone oder Redstone Laternen. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall Fackeln wären noch etwas schnöde. Zumindest hier oben in dem Viertel. Da unten können meinetwegen Fackeln sein. Aber hier oben eher nicht so. Okay. Wir haben hier also quasi eine Art kleines Grundstück. Und da würde ich gerne mal... Warte mal, was mir gerade auffällt. Wir könnten eigentlich diesen Zaun hier mal wieder mitnehmen. So. Dann könnte ich... Mal sehen. Treppen habe ich ja. Aber ich komme jetzt schlechter runter. Äh... Habe ich Dirt mit? Dirt habe ich wieder auch nicht mit. Nee. Kann ich hier um die Ecke. Ich glaube, es wird auch ein bisschen hakelig. Ja, ich brauche ein bisschen Konstruktions-Dirt. Ich meine, manche bauen ja Holzgerüste oder Gerüste aus Bambus, aus Stahl oder aus irgendwas. Aber hier in Minecraft ist das ultimative Dirt-Gerüst halt schon eine beliebte Variante. Äh... Dirt. Kann das eigentlich sein, dass ich bescheuert bin? Ich glaube ja. Okay, Dirt ist im Inventar drinnen. Auf einmal, das war vorher nicht. Ja, das ist gerade eben so aufgetaucht. Tut mir furchtbar leid. Aber manchmal verhalten sich die Dinge so, wie sie sich verhalten. Okay, Dirt. Mal gucken. Dann... So, das ist natürlich eine Scheißposition hier gerade eben. Aber... Daran kann ich im Moment nichts ändern. Und ich gucke mal, wie ich das hier anstellen kann. Äh... So, das hier oben soll quasi etwas überstehen. Dachte ich mir so. Bis halt zu dem Punkt. Und ich sehe gerade nichts, weil ich mir Sonnenlicht verbaut habe. Okay. Wir sind hier in einer wunderbaren Position. Aus der wir uns ganz leicht wegbewegen können. Hoffentlich in der nächsten Folge. Genau. Das war eine ultimative Überleitung. Für das folgende Ende. Das ich hier mit den Worten Tschüssi und Auf Wiedersehen beschließe.